Leute, was geht um heute... Leute, was geht und willkommen zu dem heutigen Video. Was geht, Leute, und willkommen zum heutigen Video. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich mache ein... Halt einfach die Fresse. Manchmal muss man einfach wieder aggressiv werden, damit die Klicks reinkommen. Manchmal muss man wieder... Okay, ich darf aber jetzt nicht drücken, wieder übertragen. Ich darf nicht wieder übertragen. Was ist eigentlich mit euch, dass ihr so Videos lieber seht als Videos, in denen man den Leuten was Gutes tut? Checkt mal mein letztes Video ab, Digga. Ich habe mit Freunden Essen am Ablauchlose verteilt. Digga, das war mehr als 20 Stunden Arbeit mit Videoschnitt zusammen. Und die haben mir noch geholfen und wir haben damit eine gute Sache getan. Habt ihr keinen Bock auf solchen Content? Wisst ihr, ich habe da eigentlich richtig Bock drauf, aber das Problem ist, ohne euch funktioniert das nicht so. Und dann muss ich am Ende wieder so... Mir ist es dann mal... Oh, da ist mein alter Fahrschullehrer. Der sollte mich lieber nicht sehen. Der nimmt mir gleich wieder den Lappen ab. Ich habe übrigens herausgefunden, wie man das Dach aufmacht. Das war ja vorher das Problem, man konnte ihn nicht machen. Und dann hat man so gemacht, aber dann ging es nicht weiter. Der Trick ist einfach, ihr müsst erst so machen, dann müsst ihr so machen, dann ein bisschen so machen und ein kleines bisschen so machen. Und dann müsst ihr diesen Knopf drücken. Jetzt geht es schon wieder nicht, sag mal. Ach, Töpferl. Ist ja Schmutz hier. Vielleicht ist es auch schlafen. Aha. Jawohl. Jawohl, ja. Saftig, schmaftig. Leute, guckt mal, wie krank dieses Auto aussieht mit diesen Felgenballern. Mh. Die gab es einfach gratis dazu. Gratis. Ich weiß, viele von euch wollen nicht, dass ich dieses Auto zerstöre. Aber dieses Auto hat nur noch einen Monat TÜV, Leute. Und ich habe kein Geld, um das herzurichten. Ich bin arbeitslos, weil ihr es noch nicht gecheckt habt. Ich wurde gekündigt, weil ich wieder mit YouTube angefangen habe und weil ich dann wegen Videoschneiden jeden Tag zu spüren zur Arbeit gekommen bin. Schreien ist manchmal echt anstrengend. Okay. Wir haben eine Mission, Leute. Wir müssen Hunde-Code finden. Hä? Was ist eigentlich das hier? Und warum hängt das noch hier? Warum ist das hier? Aua. 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 Digga, was ist eigentlich mit diesem Auto los? Warum kann man hier nichts kaputt machen? Da passiert einfach nichts. Ich habe diesen Dreck von Böller im Auge. Ich dachte, Chavo lügt, weil er immer was ins Auge bekommt. Aber man kriegt ja echt immer was ins Auge. Immer. Aua. 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 Fuuuck. Aua. 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 Verdammte Kacke. Aua. 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 Verdammt, wo ist der Rückwärtsgang? Das ist er nicht. Aha. Aua. Ich habe so meine Hand gef***. Aua. Aua. Mama. Warum? Warum? Spaß. Spaß. Ich stehe auf Schmerzen. Ich liebe Schmerzen. Ich bin ein, 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 ich bin ein Masochist, ein Sado-Masochist. Ey, was ist eigentlich mit Donner? Donner, ich habe heute dein Video geguckt. Du machst geile Videos, Junge. Lass mal zusammen Videos machen, Digga, dann können wir die Klicks reinholen. Together, verstehst du? Ich sage dir das jetzt einfach hier in dem Video, Leute, markiert Donner unter diesem Video. Wir müssen zusammen Videos machen, damit wir Klicks abräumen as hell. Ah, oh, das hat sogar, das hat sogar eine Funktion fürs Radio. Oh mein Gott, oh mein fuckin Gott. Au, 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 au. Aua, ach, was passiert? Nein, was passiert hier? Aha. Digga, das Auto ist gerade einfach ausgegangen, von was? Das ändert sich gut. Das endet alles nicht gut. Yazan aka bester Friseur ist beschäftigt. Wir müssen noch ein Video mit Yazan aka bester Friseur machen. Jogi, die Leute gucken mich alle so behindert an. Die gucken mich so behindert an. Warum mache ich diese Videos in meiner eigenen Stadt? Bitte warten. Ah, Leute, wir brauchen immer noch Hundekot. Warum gibt es hier keinen Hürzelkot mehr? Ich habe eine Fliege verschluckt. Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Was ist das eigentlich alles? Warum sind hier überall Teile, die man gar nicht braucht? Ah, Digga, was ist mit dieser Ampel los? Ah, Jogi, ich habe meine Hand so geräunigt. Verdammte Kacke. Ja, Leute, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Dieses Video ist... Es ist Schmutz. Es ist Schmutz einfach. Was soll ich euch sagen? Wie verdammt dreckig ist eigentlich diese Scheibe, Alter. Die kann ja gar nicht mehr dreckiger werden. Ew. Guck einfach hier oben. Ah, verdammte Kacke. Viel zu viele Bodenwellen, Digga. Dieses Fahrweg ist so tief über dem Boden, Digga. Warum machen die ja Bodenwellen, Junge? Weil ich war mein Lenkrad am Reichsschneid aus. Ah, verdammt. JVC-Box, Bruder. JVC, das ist aber Premium, Bruder. Das ist Premium. Man muss hier halt immer direkt den Spot wechseln, weil in Dietzenbach, die rufen direkt die Cops, aber sofort. Ah, Schmutz. Ich kann die nicht stillen. Die gucken mich alle voll dummen. Hallo Irgendwie peinlich, warum haben die so geguckt? Wieso haben die so geguckt? Nein, die meinten Früchtegucken Wollen wir die immer ein bisschen aufmerksam machen? Leute, nochmal ein kurzer Real Talk an der Stelle Wirklich so Ich bin jetzt Vollzeit bei YouTube Ich geb mir wirklich Mühe Wenn ihr am Start seid und die Videos guckt Dann kann ich auch am Start bleiben Aber wenn es nicht läuft, dann ja So, meine guten Freunde der schlechten Unterhaltung Da ihr meine Videos nicht abguckt Obwohl ich mir so viel Mühe gebe und meine ganze Zeit da rein investiere Mensch mal, muss man Clickbait machen, damit die Klicks wieder reinkommen Das folgende Video wurde nicht in Deutschland aufgezeichnet Wallach Jetzt etwas Clickbait für das Thumbdate Ja 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 Schmutz Boah 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 Was ist passiert? Hey 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 Hey